Scheiße. Wir sind 10. Ich weiß nicht. Spieler. Guten Tag. Ich weiß nicht. Batman ist besser. Er ist stark. Bob-Leponge ist für dich. Es ist besser. Und Batman ist für dich. Ich liebe alle Spiele. Ich liebe alle Spiele. Ich liebe alle Spiele. Das ist der Person, der ich liebe. Er ist immer wunderschön. Es muss sich so sein. Es ist gut. Es gibt einen Spiele. Es gibt viele Spiele. Es gibt viele Spiele. Wenn ich alle Spiele rauskomme. Ich liebe es sehr viel. Es gibt viele Spiele. Es gibt viele Spiele. Es gibt viele Spiele. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Und ich hoffe, dass wir noch viele Spiele verlieren. Ich bin sehr glücklich. 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 David Louis. Warum? Weil er viel zu machen ist. Er ist technisch. Er ist schnell. Er ist intelligent. Er ist fort. Er anticipe. Er ist in der Falle der Angelegenheit. Wenn er gegen einen Angelegenheit ist, er wird versuchen, zu blockieren. Wenn er gegen einen Angelegenheit ist, er wird alles tun. Er ist wie er und zu blockieren. Das ist Ronaldo. Der große Phänomen. Ja. Warum? Er ist ein Angelegenheit. Er ist sehr stark. Er kann in allen Situationen finden den Raum. Oder wenn es nicht mehr Raum gibt, er ist wirklich sehr stark. Er ist sehr intelligent. Er ist schnell und voll. Ich glaube, dass ich viel mehr zu sein bin. Ich bin hier. 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 Ich bin auf dem Feld. Ich bin auf dem Feld. Ich bin auf dem Feld. Wenn ich bin schlechtere Ecke. Ich bin in der Feld. Ich bin hier. Dortmund. Es ist ein großer Club wie Chelsea. Ich muss hier. Ich muss das Maillot sein. Ich muss alles tun. Entschuldigung. Ich bin devant'll. Ich bin sehr gut. Es macht mich zu machen. Ich bin auf meinen Bilder und die Bilder. Ich bin echt mit der Blygge. Bei mir. Ich war sehr gut. Ich bin auf Instagram und auf Twitter. Aber das ist gefährlich. Ich bin zu spielen. Ich bin bei Chelsea. Mein Team ist immer noch ein Jauner, seit 2-3 Jahren. Und alle meine Freunde mit mir sagen, dass ich jetzt mein Maillot Dortmund bin und ich bin sehr froh. Ich bin wirklich sehr froh und sehr glücklich.